...schmalt den Echsen Falko. Karl-Heinz Freya hat in der Hand diesen nun Prämen-Echsen in Leistung gesetzt, den die Familie Kuri. Die Zittelfahrt hat 2014 Kronenbach auf die Welt. Er hat ein aktuelles Maß von 1,54 und ist im Besitz bei Stefan Freybold und wird in diesem Jahr auf der Servicestation St. Berlin hier zum Einsatz kommen. Ich habe es heute früh bereits erwähnt, die Echsen-Linie, da müssen wir was tun. Deshalb ist es gut, dass wir zwei neue Echsen wieder im Einsatz haben, hier Falko und den Fritz. Jetzt zurück zu Falko. Ihr gehört 2016 in St. Märchen hoch geprüft. In Mawa, seiner Leistungsprüfung, hat er mit Tonnennoten abgelegt. Gesamt-Bot 8,54, Cien-9,25, Interieur-9,36. War mit Cien-38 noch einordentlich, war Sieger-Hentz der Leistungsprüfung. Aus dem ersten Jahrgang konnten wir bereits Fohlen hier bewundern, auch zwei mit Kolt prämierter Fohlen. Im vergangenen Jahr gab es ein Fohlen in Kronenbach. Und diese Fohlen haben uns vom Tübberg, mit dem gewünschten Wasseradeln. Da lebt ja auch die Familie Kuri absoluten Wert darauf. Guter Vorhand, Partie, schön angelegter Gruppe, gutes Fundament, schrecktaktmäßig und zweisig. Raumgreifend. Wie wir sind die Fohlen, gerade im Märzischen Frankfurt. Der Vater Federsee, der jetzt auch den Prädikat noch mit Ite-Hentz erwinnen durfte, für seine erfolgreiche Nachzucht war aus der Zucht von der Frau Rainer, 2004 Gebärend, Hörungssieger 2006, Bundeskaltblut Schausieger 2009, Sieger-Hentz bei der Leistungsprüfung 2007, ganz hohe Note 8-10, die Gesamtnote 8-0 des Cien, 8-9-10 des Fahre. Sieger-Hentz mit zwei gekürten Söhnen, Falkenstein, Falko und Falkone. Der Selbstführungssieger war von sieben Staatsprämien- und Leistungsstunden, eine Staatsprämie-Stunde, darunter die Bundessieger in der Bundeskaltwirtschaft 2017, die bundesprämierte Staatsprämier- und Leistungsstunde Jona, sowie die Bundesprämier-Stunde, Staatsprämier- und Leistungsstunde Voschegi, bei Heinrich Neumeyer gezogen, die 2013 in Berlin Siegerin bei der jüngeren Klasse war, aber das ist ja auch Siegerin dann in der gesamten Klasse. Falko hat die Elena zur Mutter einer Staatsprämie- und Leistungsstunde, die auf Bilderer gezogen ist. Elite-Hentz, Nidaria Semmer, auch ein Hentz, der bei der Bundeskaltflugschau 2021 Reden machte, mit dem Bundessieg. Damals durfte er die Heimreise antreten, und die sie in Berlin aus Japonia gezogen hatte, die Semmer, Siegerin in der Bundeskaltflugschau 1997 war. Elena legte die Leistungsstunde auch erfolgreich ab, als Leistungsstunde 756 der Gesamtnote. Losgene, die Siege und Fahren, neue Nachkommen brachte sie in Kohlenbach, auf dem Bayer-Toni-Hof, unter anderem den gekürnten Falko. Er wird in St. Bern hier zum Einsatz kommen, heult uns, als das geklappt hat, und wir wünschen natürlich Karl-Heinz Lea, die eine ausreichende Saison ermanagt hat, die Hingste hervorragend, nicht nur im Dickbetrieb, sondern auch, er tut jeden Tag was, fährt mit den Hexen nach Gärmung hier im Umland und betreut uns sicher hervorragend. Time over, sagt Erika Kelber, er kommt in die Hand, unproblematisch, so wie wir das uns wünschen. Und dann sagen wir Danke Karl-Heinz, der mit dem Leistungs- und Falko aus der Schubfamilie, der Emi von Osmar. Applaus Auch wenn der Eich von Osmar. Aber dann muss ich noch mal, und dann muss ich noch mal, das doch auch nicht, der nicht dann kann ich noch mal. Vielen Dank.